Raul hat da ein bisschen Zeit, schaut auf die rechte Seite, wirft jetzt den tiefen Pass über rechts, die 19 ist frei, der fängt und wird zu Fall gebracht, aber wunderschönes Big Play auf die Nummer 19, auf Marian Menden. 3-7, Running Back, Danken, Balljogarer angetäuscht, weicht aus, wirft den tiefen Pass aus dem Mitchell, ist frei, aus dem Mitchell, fängt, Austin Mitchell ist auf dem Weg in die Endzone, aus dem Mitchell ist in der Endzone, Touchdown Monarchs. Danke, oh jetzt gibt es den Pass von Austin Mitchell, oder nein, es soll den Flieflicker geben, und den gibt es über die Tiefe, und da ist Oliver Triebler, und der wartet, und der hat den Ball, zwar nicht der Touchdown, aber Big Play Monarchs. Ja, das Ende des dritten Viertels naht, wo läuft jetzt aus, und da ist der Seck, da ist der Seck, Maxi Neumann, oder? Ja, richtig. Wir sind sehr gespannt, Lars Ole Glöö und Klaas Senkstacke sind bereit, den Kick-Off zu empfangen, der geht hoch Richtung 20-Yard-Linie, und das ist Klaas Senkstacke mit dem Ball, der versucht, einen Return durch die Mitte zu generieren, und wird für viele Yards noch nach vorne gepusht, bricht frei, kann ein Tackle brechen, und schafft es bis in die gegnerische Hälfte, bis an die 40-Yard-Line. 2-Down-4 in der Hälfte der Kill-Boarding Harry Canes, Connor Klaas Senkstacke mit Side-Backfield, gleich mit dem tiefen Passversuch, Nummer 13, völlig frei, und da ist der Touchdown, through Bryce Goggin. Doch letzte Anweisung, bekommt den Ball, hat Side-Backfield, jetzt kommt Druck, findet in der Endzone jemanden, wird interceptet, und der wird returned, auch über die linke Seite. Kill-Boarding Harry Canes jetzt mit der Chance, ein Defense-Play zu machen. Receiver, zwei Receiver links, zwei Receiver auf der rechten Seite, und es ist ein angetäuschter Lauf, und Caleb Scott sucht seinem Jungs, geht tief über die rechte Seite, findet sein Receiver, Touchdown, Kill-Boarding Harry Canes. Ein letzter Atemzug der Canes-Offensive in diesem Drive, die wir jetzt versuchen hier, die 22 Jahre zu überholen, Caleb Scott mit Side, wirft über die Mitte, auf seinen Receiver, der den Ball fallen lässt, und interceptet wird. Die Nummer 10 über die rechte Seite, und wird an der Mittellinie zu Fall gebracht. Meilenbach empfängt wieder den Ball, versucht sein Glück wieder durch die Mitte, weicht jetzt aber nach links aus, findet das Loch, zündet den Turbo, und kommt bis zur gegnerischen 35-Jahr-Binion. Diesmal Jürus Sivach auf rechts aufgestellt haben. Meines Erachtens ein Fehlstart, aber wirklich nicht die Pfiffen, langer Pass. Wide open, oh wow wow. Auf den völlig freien, da hat irgendwo die Kommunikation nicht gestimmt. So, jetzt stehen wir schon wieder bereit, der nächste Snap erfolgt schon, geht schon weiter mit dem Option-Player auf dem Running Back. Und, ja, der nutzt jeden Block, brennt in die Endzone. Oh, die Uhr ist gerade 20 Sekunden runtergespüttet. Oh, und jetzt haben wir noch einen Fumble-Return-Touchdown für Potsdam. Ganz bitter für die Adler. Paderborner verteilen die Bälle sehr gut über ganz viele Spieler. Ja, jetzt sehen wir hier erstmal schon einen starken Lauf, der erst ganz spät von der Nummer 21 von, ich muss es richtig sehen, Dennis Brändle, getackelt werden kann. Und wie im ersten Räufe schon die Läufe durch die Mitte, war bisher nicht sonderlich erfolgreich. Ein tiefer Pass, oder er ist frei frei, und da ist gar niemand mehr, schaut, kriegt den Jeremy Conley noch? Nein, das war dann doch zu schnell. Nummer 14, langer Touchdown-Passel, für den Field-Goal zu weit, für den Pant zu nah, Pass kommt tief, und der fängt den da hinten, und wir haben einen Touchdown für Paderborn. Sie wollen passen, geht tief, da kommt der tiefe Ball, der ist offen, und der fängt den Ball, und wir haben einen Touchdown. Alle drei Speed-Receiver auf der linken Seite bei Ravensburg. So, da kommt der kurze Pass auf Lennons McFarren. Der findet Platz, der ist in der Endzone, da ist der Touchdown für die Razorbacks. Weimar, sucht weit auf die rechte Seite, zu Bucella, der hat den, und der kann den Verteidiger ausweichen, bis in die Endzone, Touchdown, Dukes! Weimar, hat Zeit, weit auf die rechte Seite, findet Bucella, und der kommt wieder bis in die Endzone, Touchdown, Ingolstadt! Zottel leer, auf die rechte Seite, direkt in die Hände von Josh Hartgren, und der geht durch, auf der linken Seite, auf der 30, auf der 20, auf der 10, Touchdown, Ingolstadt! Zottel leer, rechte Seite, findet Bonat, der weicht von Josh Hartgren aus, ist immer noch unterwegs, auf der 20, auf der 10, das sieht gut aus, Touchdown! Und München! Botman wirft, bekommt noch einen Hit-Up Interception, die 15-Jahr-Linie, die 20-Jahr-Linie, geht über die 30-Jahr-Linie, bis an die 40-Jahr-Linie. Smith geht selber, vermüllt den Ball, und die Marburger haben den Ball, returnieren ihn! Über die 40-Jahr-Linie, die 40-Jahr-Linie, die 40-Jahr-Linie, Flaggen fliegen hinterher, Tackle an der 26-Jahr-Linie. Botman, Pass in die Endzone, gefangen, Touchdown! So, jetzt wird's der Touchdown für die Mercenaries, Botman, 1,38 noch zu spielen. Die Unicorns haben das ja auch schon öfters gezeigt in den Special Teams, diese Handoffs und Pitches. Akadine Brown kriegt den Ball, und der hat jetzt die Chance, zu returnieren. Harang ist da relativ schnell dran, bricht diesen Tackle, hat jetzt die Side-Line, aber hat sie doch nicht, die Side-Line. Aber ich bin mir ziemlich sicher, jetzt werden sie versuchen, hier Caleb Schweigert auch anzuwerfen, ne? Wenn's nicht jetzt schon in die Endzone geht, und das tut es! Touchdown für die Unicorns, Matis Harang mit dem 8-Jahr-Lauf durch die Mitte. Das war für dich heute der Key für die Unicorns, was haben sie heute so gut gemacht? Ja, McCluskey nochmal mit dem Touchdown von Wegen. Die werden jetzt einfach nur noch auslaufen, McCluskey hatte andere Pläne, kriegt er den Ball nochmal. Zweiter Touchdown am heutigen Tag für Steven McCluskey.